Oh, endlich! Ja, Maria, endlich sind wir in Bethlehem angekommen! Ja, Josef, meine Füße tun schon so weh! Ich würde mich jetzt gern in ein Bett legen. Hast du ein Zimmer reserviert? Äh, nee, wir müssen hier einfach mal fragen. Aber wir sind doch ziemlich spät angekommen. Hoffentlich gibt's noch ein Zimmer. Schau, da ist der erste Gasthof. Lass mal dort fragen. Okay, gehst du vor? Ich hab ein bisschen Angst. Ja, ich mach das schon. Ding-Dung! Hallo, was kann ich für euch tun? Gibt's denn noch ein Zimmer, in dem wir schlafen können? Oh je, da seid ihr spät dran. Hm, äh, letzte Mal sind voll. Ähm, probier's da drüben. Vielleicht habt ihr da mehr Glück. Mann, ich werd's jetzt hier versuchen. Was? Das dauert mir alles zu lang. Wie bitte? Ich bin endlich schlafen. Schlafen. Ich komm ja schon. Ding! Ja? Guten Abend. Wer hat das eigentlich? Wir. Maria und Josef. Aus Nazareth. Und wir haben endlich ein Bett. Da seid ihr bei mir. Leider an der freisten Adresse. Warum? Das ist doch ein Gasthaus. Ja, das ist richtig. Gibt's hier keine Betten? Keine Betten, die frei sind. Leider. Was? Aber ich muss mich doch endlich ausruhen. Vielleicht habt ihr dort hinten Erfolg. Da ist es zwar nicht so schön wie hier, aber dort könnt ihr euer Glück versuchen. Ich drück' euch auf jeden Fall die Daumen. Mama. Tschüss. Oh, wenn das nicht klappt, dann raste ich auf. Maria, so kenn' ich dich doch gar nicht. Oh, irgendwann ist der Punkt erreicht. Okay, ich klopfe doch mal schnell. Mann, hoffentlich haben die ja ein Zimmer. Ring! Hallo, wir brauchen ganz dringend ein Zimmer. Gibt's denn hier noch ein Bett für uns? Nee. Was? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich bin müde. Mir tun die Füße weh und der Rücken auch. Ich hab' Hunger und Durst und ich brauche ein bisschen Ruhe. Okay. War das? Ein Platz im Stall. Okay. Ähm, wo genau? Da. Oh. Maria, das sieht ja doch besser aus als gedacht. Mhm. Danke. Gern. Gute Nacht. Nacht. Oh, endlich ausruhen. Ja, endlich. Sieht ja sehr gut hier aus. Mhm. 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 Mhm.